Hallo zusammen, herzlich willkommen zu KIKO KAP, den Kinderkonzerten der Kammerakademie Potsdam. Sicherlich habt ihr zu Hause auch schon mal auf Töpfen und Tellern geklopft und Rhythmus gemacht und Musik gemacht. Darum wird es heute auch gehen bei unserem Konzert. Oh, ich glaube, jetzt sind wir hier in der Küche gelandet. Lauter Pfannen und Töpfe. Hier wird bestimmt gleich gekocht. Nein, nein, Isabelle, nein, nein, noch nicht. Ein Kochtopf ist doch nicht zum Kochen da. Wer erzählt denn das? Aber ich sag euch was, wie ihr das Ding auch nennt. Es ist ein Instrument. Ein Löffel ist doch nicht zum Löffeln da. Wer erzählt denn das? Ach, ich sag euch was, wie ihr das Ding auch nennt. Es ist ein Instrument. Eine Gabel ist doch nicht zum Löffel ist doch nicht zum Löffeln da. Wer erzählt denn das? Ach, ich sag euch was, wie ihr das Ding auch nennt. Es ist ein Instrument. Eine Pfanne ist doch nicht zum Brutzeln da. Wer erzählt denn das? Ach, ich sag euch was, wie ihr das Ding auch nennt. Es ist ein Instrument. Ein Essstäbchen ist doch nicht zum Essen da. Wer erzählt denn das? Ach, ich sag euch was, wie ihr das Ding auch nennt. Es ist ein Instrument. Ich sag euch, wie ihr das Ding auch nennt. Ich sag euch, wie ihr das Ding auch nennt. Ich sag euch, wie ihr das Ding auch nennt.